Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Arc Age. Xenia, Saphira und ich stehen hier schon wieder bereit. Mir fällt gerade auf, dass wir eine reine Mädelsrunde hier haben. Eine Fee, eine Stute und eine Zwergin. Fee heißt es bei heißen weiblichen Füchsen, ne? Müsste ich mal Michelle fragen. Der kennt sich da mit Sicherheit aus von seinem Studium her. So, ähm, gut. Wir sind in der ausgebrannten Burg. Quest Nummer 7 haben wir hier angezeigt. Ja, besiege den Geist Hieronymus. Da bekommen wir richtig coole Sachen, so wie es aussieht. Ja, ja, definitiv. Äh, Problem... Ups, was hab ich denn jetzt hier umgeschmissen? Ähm, Problem an der Sache ist, dass das eine Mehrspielerinstanz ist, soweit ich sehe. Kann man sich hier auch irgendwie... ...anmelden für Instanzen? Community? Schlachtzug? Schlachtzug ist es ja eigentlich nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Kann man das machen? Kann man sich hier irgendwie anmelden? Das wäre cool zu wissen. Ähm, das wäre noch viel cooler, wenn das wirklich gehen würde. Wenn ich mir jetzt hier nicht wirklich eine Gruppe suchen müsste. Autsch! Um da reinzukommen. Weil dann weiß ich noch nicht, ob ich diese Sachen auch mache. So, ich frag mich gerade, warum ich den nicht mit Tab anvisieren konnte. Denn normalerweise bin ich jemand, ich, äh... Oh! GZ Xenia. Ich visiere immer mit, mit Tab an. So, und mich hat jetzt jemand gefragt, was eigentlich GZ heißt. GZ, ähm, heißt... Ja, das ist im Endeffekt ein Gratuliere. Das ist die Kurzform... ...der Kurzform. Congratulations wäre die lange Form. Ähm, Gratz könnte man sagen, ist dann die kurze Form. Und GZ ist dann die ganz kurze Form. Das hat sich irgendwann in MMOs so eingebürgert. So, ähm, ja. Wir müssen jetzt hier raus und reiten da unten mal zu dem nächsten Fragezeichen. Notfalls, wenn das nicht geht, sich anzumelden über eine Gruppensuche, dann werde ich die Quests wahrscheinlich abbrechen. Einfach auch aus dem Grund, dass mich das nicht irgendwie verwirrt, dass ich dann noch Aufgaben frei habe. Und werde die Sachen nicht machen. Auch wenn ich da wirklich, wirklich nette, ähm, Ausrüstung bekommen kann. Aber das würde ich dann in dem Fall sehr wahrscheinlich auslassen. Grimmgeistriss. Schauderhafte Schreie und irres Gelächter brechen hervor. Okay. Und da unten müssen wir hin anscheinend zu diesem Schiffswrack, was da am Strand gesunken ist. Genau, da ist auch schon wieder ein Ausrufezeichen und damit eine Quest. Mhm. Hier ist einiges. Das ist quasi unser nächstes Lager, ohne ein richtiges Lager zu sein. Entkommene unfreie Sirianer. Es gibt da noch etwas, das du für uns tun könntest. Die Wölfe von Grimmsfoten sind fast so gefährlich wie die Untoten. Und sie werden mit Sicherheit eine Gruppe Unfreier riechen, die über die kahle, vulkanische Ebene fliehen. Die Wölfe kommen nun nicht nach Norden, weil sie sich vor den Greifen fürchten. Wenn ich bei unserer Reise durch Grimmsfoten ein paar Greifenfedern verbrennen könnte, würde der Geruch sicher die Wölfe vertreiben. Auf den Orchideenhügeln gibt es einige Greife. Könntest du ein paar davon besiegen, um uns ein paar Federn zu besorgen? Sie sind so groß, dass selbst ein oder zwei Greife unseren Bedarf für die gesamte Reise decken sollten. Okay. Ja klar, können wir ja mal gucken. Übrigens danke für die Info, dass es die Wölfe bei Mariannopel gibt. Muss ich mal gucken. Mariannopel, das ist ja hier die Hauptstadt. Die Banditen können die ausgebrannte Burg unmöglich ohne einen ständigen Nachschub an Lebensmitteln unterhalten. Ich habe etwas herumgeschnüffelt und im Westen eine verborgene Farm der blutigen Hand entdeckt. Oh, der hat einen coolen Bogen. Ich kam mit Spatilio hierher auf der Fährte der blutigen Hand. Aber während er damit beschäftigt war, seinen guten Ruf wiederherzustellen, hatte ich ein anderes Ziel im Sinn. Die Nachschublinie der blutigen Hand. Wenn du die Transporteure der blutigen Hand überfallen würdest, während sie Vorräte von der Farm zur Burg bringen, könntest du die blutige Hand aushungern und gleichzeitig unsere kleine Gruppe mit Essen versorgen. Kriegst du das fertig? Also bitte, du redest hier mit Felina, der mächtigen winzigen Zwergin. Oder der mächtig winzigen Zwergin. So. Und hier haben wir schon wieder... Sag mal, besteht das komplette Schlackenmonaut aus Deserteuren hier? Weicheier. Auf jeden Fall ist das hier Spatilio. Haben die den nicht gesucht? Wollten die den nicht verfolgen und irgendwie da dem Gericht vorwerfen? War da nicht vor zwei Folgen was? Hm. Der Lavasteinkrater stand kurz vor dem Ausbruch. Verdammt. Die ganze Gegend wird immer instabiler. Was auch immer die blutige Hand in dieser Burg treibt, es reißt die Halbinsel förmlich an zwei. Sieh mich nicht so an. Ich bin kein Deserteur. Die blutige Hand hat mich reingelegt. Ich bin hierher gekommen, um den Dieb zu jagen, der die Kette tatsächlich gestohlen hat und ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Kannst du mir helfen, wenn du bei deinem Kampf gegen die blutige Hand in dieser Gegend zufällig auf Etrinas Halskette triffst? Bringen sie mir bitte, damit ich meine Unschuld beweisen kann. Ach, eine Quest abgeben können wir auch direkt noch bei dem. Ich? Ein Dieb? Das haben sie in den ganz falschen Hals gekriegt. Hm. Oh, wir haben auch ein Level ab. Cool, Level 34. Damit fehlen mir noch 21 Level bis zum Maximum. Ha. So, und hier ist Dämonenjägerin Imrosch. Ich habe die Zauber studiert, die die blutige Hand in ihrer Burg verwendet und ich glaube, ich habe herausgefunden, wie man sie kontern kann. Leider sind die Zutaten, die ich brauche, nicht leicht zu bekommen. Bist du gut im Klettern? Ich brauche ein Greifenei und die gibt es nur oben auf den Steinsäulen der Orchideenhügel. Meinst du, du kannst hochklettern und mir eins besorgen? Wir müssen sowieso dahin, weil wir ein paar Greifen umboxen müssen. Also von daher können wir es auf jeden Fall versuchen. Hier oben ist der Orchideenhügel schon. Ah, gut. Ja, hier sind... Oh, sehen die cool aus. Boah. Ich will die nicht umhauen. Sind das überhaupt die, die ich umhauen muss? Nicht, dass ich jetzt die falschen Greifen töte, weil die sind ja echt hübsch. Wow. Mh, naja. Wir müssen hier sowieso vorbei. Wir können eh nicht ausweichen. Trotzdem tut es mir um den Greifen leid. Äh. Äh. Komme ich hier irgendwie hoch? Ja. So. Oh, habt ihr es gesehen? Saphira hat gerade so golden geleuchtet. So, so geglüht, bevor sie losgesprintet ist. Ja, das hat natürlich auch Stil. Wo bekommen wir jetzt... Ah, da oben. Ah. Da ist das Nest. Und hier an der Seite können wir mit Sicherheit hochklettern. Genau. Überbucherte Mauer. Ja, dann mal hoch. Ja, das will ich sehen, wie Xenia hier hochklettert. Okay. Langsam. Oh, wo kam das nochmal vor mit dem... Vorsichtig. Vorsichtig. Oh. Der Berg war gerade schwarz. Das war doch irgendeine Serie oder irgendein Film. Wo kam das denn so? Ah, verflixt. Ich hasse es, wenn ich mich an irgendwas nicht mehr erinnern kann. Und das kommt ziemlich häufig vor. So. Ja. Aber welche greifen denn? Die hier bringen uns keine Federn? Warte mal. Ähm. Das gibt es doch nicht. Jetzt finde ich hier die Quests vor allen Dingen schwierig. Ich habe so viele Quests offen. Das wird langsam echt schwierig hier. Äh. Moment. Ich gucke mal hier in meinem Questlog. Die Geschichte der Villa Meereskind. Rufus Tagebuch. Im Innenhof der. Ach, ich muss da auch noch drin kämpfen. Ich blicke langsam nicht mehr durch, was wir machen müssen und was nicht. Weil irgendwie nur noch ein paar wenige Quests hier angezeigt werden. Gedächtnisband. Und ich... Ist das das? Nee. Hm. Also so richtig blicke ich hier wirklich gerade nicht mehr durch. Ich weiß nicht mehr, welche Quests ich hier noch alle zu erledigen habe. Du hast es geschafft. Gut. Ich fange sofort an, das Ei zu präparieren. Die blutige Hand wird sich wundern. Ja, und wir müssen dann halt wohl nochmal da oben in die Burg zurück. Anscheinend ist es ja noch nicht abgeschlossen, was wir da angefangen haben. Ah. Okay. Hier schleichen wir uns mal dran vorbei, so gut es Xenias Hufe erlauben. Anscheinend haben wir aber Watte drunter gepackt und den Gegnern auch Watte auf die Augen. Jedenfalls haben die uns nicht gefunden. Hier sind wir die Gargoyle. Okay, wir sind gleich wieder am Eingang. Ja, hier haben wir auch noch eine Aufgabe. Ich blicke halt echt so langsam überhaupt nicht mehr durch. Kann mir mal irgendjemand erklären, wie man sinnvoll... Die Betonung liegt auf sinnvoll seine Quests sortieren kann, die man hier hat? Das werde ich wahrscheinlich noch nicht in der nächsten Folge gelesen haben, aber wahrscheinlich dann in der übernächsten. Für heute möchte ich mich erstmal von euch verabschieden. Ich gucke mal, ob ich vielleicht selber schon noch irgendwie was rausfinden kann. Etwas kürzer dann diesmal, aber das macht ja nichts. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Ichucke dich. Tschüss! Tschüss!